Du kaufst für ein Dilithium 1000 Cent und dieses Angebot stellst du dann rein. Es wird sich kein Idiot finden, der das machen wird. Und dann nimmst du deinen anderen Charakter, suchst das Angebot raus, kaufst es an, so gesehen. Beziehungsweise brichst es ab. Du kannst ihn nicht auch abbrechen. Und wenn du es abbrichst, hast du es auf dein Geschäftskonto und dann kannst du es dir überall auf deinen Charakter raufziehen. Und so kannst du dir das holen. Nee, das sind 5 Minuten. Kein Witz. Ja, ich mach euch alle. Ja! Oh, ich mag diese Sachen. Und die auch Hinterricks haben. Ich liebe Hinterricks-Tropedos. Auf die Plätze, fertig, Feuer! Nee, das macht aber Aua, Aua. Nein, nicht das. Das da hinten. Verdammt, meine Schild sind drunter. Ich bin zerstört worden. Die sind schon heftiger. Aber macht nichts. Ich hab mein Schiff Aua-Aua gemacht. Aber wir kriegen die Aua-Aua zurück. Ich hab meinen Schild. Ich hab meine Schild. Ich hab meine Schild. Ich hab meine Schild. Schild. Dann lernst du in die Augen. Ich hab mich ihr in der Lage. Ich hab meine Schild. Das ist ja soermaßen. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich ich werde das design wahrscheinlich dann ändern ja deswegen will ich es auch ändern ich mag es nicht es sieht zumindest besser aus als die flunder muss ich ehrlich zugeben aber ich mag es trotzdem nicht erst mal schilder regenerieren lassen also eine flotte würde sich schon lohnen aber du musst mir bedenken du musst du musst aber auch die flotte genügend ausbauen werden die rechten sind das heißt ja dann aber lieber gleich eine deutsche bist rausgeflogen weil du nicht mehr online war es richtig das normal macht jeder ich muss mal was nachgucken letzte spiele ja mit dem habe ich angeblich nicht gespielt komisch ja dann hast du das gefühl richtig gleich willkommen beim stream macht aber zu viel spaß ehrlich gesagt ich muss sagen das game bock gerade auch richtig weil man es nämlich noch nicht kennt das genauso wie bei neverwinter da habe ich die ganze zeit nichts gekannt habe ich die ganze zeit gespielt aber natürlich mit leuten die ich kannte haben wir ganz zusammen aufgelevelt das ging rucki zucki weil wenn man da manchmal alleine spielt kommt immer darauf an für was für charaktere du spielst hast du mal in neverwinter gespielt noch born hunter okay alles auch mit dem aktuellen zeug und so weiter zu vor maßen zuletzt haben wir gespielt nee wann hat es zuletzt durchgespielt also ist schon lange her sonst könnt ihr noch daran erinnern ja ist bei mir auch schon länger her muss zugeben das meint da sollte mich zumindest level 30 ja schon erreichen noch wer fällt mir auf ich glaube in 30 schaue ich meine jetzt wieder bis bis 1 1 und noch was das meine ich jetzt witzball Ich weiß, dass du nicht von dir bist. Du bist von dem Zukunft. Deine Präsenz hier war vorgebracht. Viele Jahre vorhin, die Zeit langsamerige Beine kamen zu den Klingons. Sie wollten uns in ihrer Temporal War. Wir sind niemandem, Puppet. Der Klingon-Empire hat sie versucht zu helfen. Aber sie sagten uns viele Dinge über den Zukunft. In ihrem Klingon... Ich bin nicht deinem Feind. Sie ist der Kuva-Mach. Wir gehen in ihren Weg, bevor sie sie hat. Sie ist der Klingon-Empire hat. Sie ist der Klingon-Empire hat. Ja, und wir sind begonnen zu sehen. Der Kuva-Mach hat eine unige genetische Sequenz, die uns hat, meine Physikerin zu komplett transformieren. zurück zu den Wurrungen, die wir damals waren. Wir werden nicht mehr werden. Ich bin nicht deinem Feind. Ich bin 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 deinem Feind. Wie soll man zurückgehen, wenn wir nicht da durchkommen? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Nee, kann man nicht. Verdammt. Jetzt müsste es gehen. Verstehe ich nicht. Ich habe mich schon gefragt, wann das geht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht.